Wir sind überzeugt, dass die Zeit noch nie so reich war wie jetzt, um eine strategische Personalentwicklung anzugehen. Transformation ist das große Stichwort und mit dem heutigen Nachmittag haben wir einen Auftakt in Richtung Personalentwicklung gestartet, um Menschen zusammenzuführen, die sich austauschen können. Also ich bin heute gekommen mit Neugier, mit Interesse, Inspirationen zu kriegen für meine Tätigkeit als Personalentwicklerin. Das ist eigentlich das A und O, diese Selbstlernkompetenz, Potenziale zu entdecken und die dann auch weiterzuentwickeln für ihre Zukunft. Wenn die Nachfrage nicht da ist oder man gerade an dem Ziel vorbeischießt mit der Weiterbildung, dann verpufft das Ganze. Also maßgeschneiderte Weiterbildung, zielgruppenorientiert. Wir bieten hier einen Austausch auf Augenhöhe mit interessanten Referenten, auch interessanten Personen aus den Mitgliedsbetrieben. Wir haben also auch Diskussionsrunden, die sich abwechseln mit Impulsvorträgen von Experten. Vor allem mit Menschen in Kontakt zu treten, die die gleichen Themen, die gleichen Probleme haben wie wir. Gerade die Themen, Talentmanagement war für uns sehr interessant. Personalisierte Ausbildung, das sind Sachen, die können wir, glaube ich, relativ gut miteinander auch verbinden, ran ans Thema.